Wie die anderen. Wo wollen wir denn längst? Also ich suche mal eine Klippe und er stürze sich runter. Ich fahre zum Berg. Berg. Okay. Wir haben roten Stern. Wo bist du denn? Ach da hinten. Du bist mein Stern. Oh nein, jetzt nicht singen. Herbert singt sonst immer. Ich sing nicht. Das stimmt. Juhu. Ich sing nicht doch. Ich sing immer außerhalb der Aufnahmen. Wir haben auch festgestellt, wenn es dazu kommt, dass ein Lied entsteht, sind wir sofort bei Star Wars. Also ich bin sofort bei Star Wars. Egal welche Melodie gesumpft wird, er macht immer sofort Star Wars aus. Ja. Das ist komisch, ne? Wenn ich nicht auf den Hügel fahre, fährt auch nie... Boah. Den hat er umgekippt. Den hast du umgekippt? Ja. Schön, dass das ging. Ich hab dir zugekippt. Sagt gut aus. Die drei sind voll auseinander gezogen. Oh, das war schnell. Oh, das war das Fahrzeug ausgeschaltet. Oh, das war das Fahrzeug ausgeschaltet. Oh, und weg. Okay. Meine Güte. Da geht das Gemetzel ja früh los. Sie kann jeden Moment reißen. Wander los. Das ist noch ein Stock irgendwo. Ich hab nicht mal HE Munition mitgenommen. Scheiße. Feuererlaubnis erteilt. Wir haben das Ziel verloren. Ziel erfasst. Ich seh sie nicht mehr. Ich hasse diese Kanone von dem Panzer. Das ist überhaupt als Panzerzählen, ne? Oh, Artie ist auch ein Schweinepitz. Der Pisspanzer. Ich verdünnisier mich mir all hier. Ja. Ich wollte gerade folgen und muss ehrlich sagen, den AT, den müssen wir uns nicht geben. Ne. Stell mich mal hinter dich. Obwohl, jetzt haben wir keinen mehr zum Aufklären, ne? Ja. Deshalb. Ich wollte auch gerade hochfahren. Naja, ich fahr mal wieder hin. M44 hat gerade gebeten. Autsch. Autsch. Zu viel. Das hat sich erledigt. Ja. Hm. Raus. Ui. Aua. Aua. Anlalo. haben die dahin gewirkt wer hat gewirkt das war erschreckend ich gucke mir an wie der krumm durch die gegend kriegt die lorraine hat auf mich geschossen wahnsinn rechts wahnsinn hätte ich gedacht cool erfolgreich war erfolgreich zu mir erwähnt zu mir erwähnt Untertitelung des ZDF, 2020